Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Security Insider Redaktion ist im Urlaub. Das haben wir uns auch verdient. Deswegen gibt es allerdings leider diesmal auch keinen Podcast mit Monatsrückblick. Das heißt, Sie müssen leider nächste Mal wieder einschalten. Peter, Peter, hey, hör auf mit Träumen, du bist doch zurück in der Redaktion. Echt jetzt? Mensch. Na gut. Dann kommt hier der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirk Srocke. Und damit herzlich willkommen zum aktuellen Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon wieder Dirk Srocke und mit mir direkt zurück von seinem erholsamen Urlaub. Peter Schmitz, Chefredakteur von securityinsider.de. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk, servus. Ja, und wenn du schon von etwas träumen willst, wie wär's denn dann mit etwas mehr IT-lastigerem, einem gescheiten Gadget wie, sagen wir, dem neuen iPhone 11? Ja gut, also wenn, dann natürlich vom 11 Pro oder 11 Pro Max, vielleicht sogar noch in Nachtgrün. Dafür würdest du dein Telefon wechseln für ein grünes iPhone? Nee, also ein jagdgrünes iPhone, das brauche ich wirklich nicht. Und tatsächlich waren die Reaktionen ein wenig gespalten über die neuen iPhones. Die einen freuten sich tatsächlich über die neuen Kamerasysteme und die schnelleren Chips im Inneren und die anderen spötteten dann aber, dass die einzige wesentliche Neuerung das verrutschte Apple-Logo sei. Das ist jetzt nicht mehr ganz oben, sondern mehr zur Mitte des Gerätes gewandert. Aber es gab ja dann tatsächlich noch etwas, was Apple vorgestellt hat. Wir haben uns dabei mehr auf die Sicherheitsaspekte konzentriert und haben tatsächlich ein bisschen suchen müssen. Also auf der einen Seite wirbt Apple jetzt mit einer schnelleren Gesichtserkennung. Die Face-ID ist für 30 Prozent schneller und kann auch ein bisschen aus geschickteren Winkeln dich erkennen. Und dann gibt es dann natürlich noch das iOS 13, was mehr Privatsphäre bringen soll. Und das ist jetzt nicht nur das Versprechen von Apple, sondern da hat auch die Reaktion von Facebook schon gezeigt, dass es tatsächlich so sein könnte. Weil die hatten noch ein paar Tage vor der Keynote einen Blogbeitrag veröffentlicht, in dem die die Features von dem iOS 13 ein bisschen auseinandergenommen haben. Problem war das, die Nutzer von dem neuen Betriebssystem jetzt genauer nachvollziehen können, beziehungsweise steuern können, wann mobile Apps Positionsdaten auswerten und wie sie das tun. Also man kann jetzt die Apps hindern, die Positionsdaten auszuwerten und das Betriebssystem sagt den Nutzern auch Bescheid, wenn Apps im Hintergrund genaue GPS-Daten anfordern. Eigentlich praktisch, oder? Ja, eigentlich praktisch und da spielt natürlich Apple wieder deutlich die Datenschutzkarte. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dieser Nimbus, dieser Unfehlbarkeit, den hat Apple ja schon seit einiger Zeit verloren. Und da gab es auch wieder einen Bug, über den du berichtet hast. Und da hast du recht, aber eigentlich gab es ja sogar zwei. Die eine, über die hatte ich Anfang des Monats berichtet, das war schon was ziemlich Heftiges. Und zwar war das tatsächlich was, wo man fast sagen könnte, eine der schwersten Sicherheitslücken, mit denen sich Apple eigentlich bis jetzt rumschlagen musste. Und zwar haben Forscher von Google eine Exploit-Chain entdeckt, also eine Reihe von verschiedenen ausgenutzten Schwachstellen. Ich glaube eine davon sogar eine Zero-Day-Schwachstelle, die gezielt iOS-Geräte eben kompromittieren konnten, um dann wirklich ganz spezifisch Daten von den entsprechenden Opfern abzugreifen. Und zwar, da ging es dann wirklich darum, da konnte man Aufenthaltsort, Fotos und Nachrichten abgreifen. Also das war schon ziemlich viel, was da in dem Exploit passiert ist. Und da hat es tatsächlich schon gereicht, dass man einfach eine präparierte Webseite besucht hat. Also man musste gar nichts installieren oder akzeptieren oder Ähnliches, sondern es hat wirklich gereicht, einfach auf eine entsprechende Webseite zu gehen. Und diese Attacke, die scheint wirklich ganz gezielt gegen die Volksgruppe der Uiguren in China eingesetzt worden zu sein. Und zwar, wie es den Anschein hat, eben durch die chinesischen Geheimdienste, die eben versuchen, auf die Art und Weise diese Gruppierung zu überwachen. Und ja, also das ist schon, wie gesagt, eine ganz schön happige Geschichte gewesen, was da also einen schon ziemlich gezielten Angriff auf eben Zugangsdaten und Kommunikationswege gab. Na, das klingt jetzt schon einigermaßen verheerend, aber vielleicht kann ich ja deine Sicherheitslücke noch toppen. Denn wie du schon richtig angedeutet hast, sind diesen Monat zwei iOS-Schwachstellen prominent durch die Medien gegeistert. Und die, von der ich jetzt rede, heißt Checkmate. Und was betrifft das jetzt für Geräte? Da kann man sagen, etliche in freier Wildbahn. Und das beginnt beim iPhone 4s und reicht bis zum iPhone 10. Das Problem an der ganzen Sache ist, der Bug liegt im Bootraum der Geräte. Und wie der Name ROM schon nahe liegt, lässt er sich nicht nachträglich patchen. Was bedeutet das jetzt für Endanwender? Müssen die ihre Geräte sofort auf der Stelle ersetzen? Da muss man ein bisschen einschränken. Man kann sagen, ja, über den Bug ist es möglich, eigene Software auf Geräte zu bringen. Und Angreifer könnten das auch ausnutzen, um den Keylogger zu installieren. Das Problem an der Sache ist, zum einen, man muss etliche Klimfzüge dafür vollführen. Also ein Angreifer braucht, um die Lücke auszunutzen, physischen Zugriff auf das Gerät. Er muss das Gerät in den DFU-Modus versetzen. Das ist der Device-Firmware-Upgrade-Modus. Und er muss ein Kabel dran anschließen. Und selbst wenn er das schafft und einen Keylogger installieren könnte, ließe sich der Prozess nicht umkehrbar machen, aber wieder abmitteln, indem das Gerät neu bootet. Dann wäre es nämlich wieder in einem sicheren Modus. Der Keylogger wäre zwar noch da, ließe sich aber nicht mehr ausführen. Also der Endanwender wäre noch auf der sicheren Seite. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Einfallstor für weitere Angriffsketten womöglich. Muss man mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber andererseits braucht es manchmal ja gar nicht so viel, um auf sensible Daten zugreifen zu können. Vielleicht reicht es ja auch schon, dass einem jemand über die Schulter schaut. Da sprichst du was Wahres an, ja. Und zwar Kaspersky hat ein ganz spannendes Experiment gemacht. Und zwar haben die einen Tester beauftragt, an fünf Werktagen in verschiedenen Zügen unterwegs zu sein. Der Tester hat also insgesamt 170 Zugwagons daraufhin überprüft, wie viele Geschäftsgeheimnisse er aufschnappen kann. Oder wie viele Unternehmensangehörige ihre Mitreisenden quasi durch ihre ungeschützten Laptops oder durch Smartphones und durch physisch rumliegende Dokumente oder durch Telefongespräche quasi mithören lassen, was denn bei ihnen im Unternehmen gerade so passiert. Und da kam er eben zu dem Ergebnis, dass bei nur fünf Prozent der Laptops zum Beispiel so eine Sichtschutzfolie zum Einsatz kam, womit man eben nur durch einen ganz engen Blickwinkel auf den Bildschirm schauen kann. Und ja, das ist natürlich schon etwas, wenn man dann gleichzeitig bedenkt, dass bei fast 60 Prozent der Fälle, wo er dann etwas sehen konnte, zum Beispiel E-Mail oder Office-Dokumente, also das Klassische sind da wahrscheinlich dann Präsentationen oder Ähnliches zu sehen sind, dann kann man sich schon denken, dass da, wenn man es darauf anlegt, das eine oder andere interessante Detail zu erhaschen ist. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, auch wirklich so, dass es oft schon reicht, wenn man sich einfach neben jemandem, einem Geschäftsmann oder einer Geschäftsfrau hinsetzt und zuhört, wenn sie telefonieren. Was man da alles erfahren kann, das ist der Traum eines jeden Social Engineers. Das ist auch so ein bisschen so diese Leichtfertigkeit und laxe Art, die sich da ziemlich schnell einschleicht bei Menschen, wie die wir nun mal sind. Ja, das stimmt. Und was ganz ähnliches haben jetzt auch Checkpoint- beziehungsweise Palo Alto-Networks rausgekriegt. Das ist jetzt nicht so im Zug, dass die die Leute beobachtet haben, sondern die haben sich mal angeschaut, wie sieht denn die Public-Cloud-Nutzung aus von den Leuten. Und da droht wohl einiges an Gefahr. Die Checkpoints haben halt die Leute befragt, die Unternehmen, und ob es einen Zwischenfall bei ihnen gab. Und die Antwort war bei 15 Prozent, ja, wir hatten einen sicherheitsrelevanten Zwischenfall, aber weitaus mehr mit 25 Prozent konnten es gar nicht sagen, ob die überhaupt einen Sicherheitsvorfall hatten. Also das bedeutet ja im Umkehrschluss, die kümmern sich komplett. Ja, wenig darum beziehungsweise ihnen fehlt es an den Tools dafür. Und wie groß dieses Potenzial für solche Vorfälle ist, hat dann Unit 42, das ist die Threat Intelligence-Einheit von Palo Alto-Networks rausgefunden. Und die haben nicht die Leute befragt, sondern die haben sich die Clouds einfach mal angeschaut von Amazon Web Services, Google Cloud-Plattformen beziehungsweise Azure. Und die haben rausgefunden, ich würde dich jetzt fast wieder fragen, wenn du den Beitrag nicht geschrieben hast, hättest, wie viele Sicherheitslücken es gab. Weil das ist eine unvorstellbare Zahl. Jetzt mache ich mal kurz eine Pause. Das waren tatsächlich 34 Millionen Sicherheitslücken, die die gefunden haben in den Public Cloud-Plattformen. Und das Problem dabei ist, dass die Cloud-Service-Provider halt ihre Lösungen schnell ausrollen und erweitern und dass es halt immer leichter wird, die zu nutzen. Und die Leute, die wissen zwar, dass die eine Shared Responsibility haben, also dass der Cloud-Provider sich jetzt um seine Systeme kümmert bis zu einer gewissen Ebene, je nachdem, was man halt bucht, ob das jetzt eine Software-as-a-Service-Infrastruktur oder Plattform ist. Und die wissen auch, dass sie sich dann über die darüber liegenden Ebenen selbst kümmern müssen, aber sie machen es halt einfach nicht. Und da gibt es eine total schlechte Patch-Disziplin bei den Unternehmen, die halt von, Moment, von Palo Alto Networks wurde das angeprangert. Ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinandergekommen, weil es halt zwei Studien waren, die unabhängig voneinander mehr oder weniger das gleiche Thema beackerten. Also das scheint jetzt tatsächlich eine gewisse Relevanz zu haben. Und das haben die sich wohl nicht aus den Fingern gesorgen, wenn zwei auf das gleiche Ergebnis kommen. Auf jeden Fall, ja. Ja, es ist vor allem interessant, mal einfach die zwei unterschiedlichen Blickwinkel zu sehen, mal die Leute zu fragen und gleichzeitig aber auch mal sich die Technik anzuschauen. Aber du gibst mir mit dem Thema Patch eigentlich ein hervorragendes Stichwort, weil man möchte es nicht glauben, aber es gab wieder einen Microsoft-Patch-Day diesen Monat. Ist nicht wahr. Doch, wie jeden Monat. Von daher ist auch diesmal eigentlich wieder, nein, ich merke jetzt nicht sagen, dass es wieder ein langweiliger Patch-Day war, stimmt nämlich eigentlich nicht. Also es ist so, dass tatsächlich 80 Sicherheitslücken gepatcht worden sind in diesem Monat. Davon hat Microsoft selbst 17 als kritisch eingestuft, 62 als wichtig und nur eine als moderat. Also von daher ist schon eine Hausnummer. Tatsächlich aber eine der wichtigsten Security-Patches waren die CPU, also Patches für die CPU-Seitenkanal-Attacken, die in Windows jetzt gepatcht worden sind, in Windows 10. Und aber fast der wichtigste Patch, der kam, hatte tatsächlich gar nichts mit Security zu tun, sondern war ein Leistungspatch. Und zwar gab es einen Bug in Windows 10, in dem Cortana auf einmal extrem hohe CPU-Last erzeugen konnte. Ist jetzt nichts, was man unbedingt haben möchte. Von daher ist das von Microsoft jetzt mit dem Patch-Day gepatcht worden. Wobei eine gewisse Sicherheitsrelevanz hat er schon. Also wenn ich merke, dass mein Rechner langsamer wird und ob das jetzt Cortana ist oder nicht, ich schalte dann auch immer als erstes den Windows Defender aus, muss ich gestehen. Okay, also nicht zuerst etwa irgendeinen Bitcoin-Miner? Ja, doch, den dann auch. Aber der sitzt halt mehr auf der Grafikkarte, also wenn ich CPU-Last habe. Verstehe, okay. Ja gut, wobei man wirklich sagen sollte, das sollte man tun, das wirklich nicht machen. Viren-Scanner ausschalten, das ist so wirklich das, was man echt nicht machen sollte. Klar, wenn gerade ein Scan läuft, kann man vielleicht sagen, du jetzt mach mal Pause und lass das mal später weitermachen. Aber generell sollte man vorsichtig sein. Vorsichtig sollte man übrigens auch sein. Das Update kann bei manchen wohl dazu führen, dass nach der Aktualisierung der Bildschirm dunkel bleibt. Die einzige Lösung, die Microsoft dann hat, ist, dass man sagt, Rechner durchdrücken des Power-Buttons oder Steuerung Alt-Entfernen neu zu starten. Aber danach soll es dann auch wohl behoben sein, das Problem. Glücklich, wer sich die Release-Notes vorher durchgelesen hat. Ja, wohl wahr, ja. Ja, vor allem ist das dann doch meistens ein bisschen überraschend und unangenehm. Wenn wir aber schon bei Windows sind, da habe ich noch was, was ich dir erzählen möchte, weil es gibt eine ziemlich geniale neue Funktion. Ich glaube, ich habe das im letzten Podcast schon mal erzählt. Und da haben wir diesmal jetzt im September einen Videotipp dazu gedreht. Und zwar der Windows Defender Application Guard. Ich weiß nicht, ob du dich da noch daran erinnerst. Da ging es um das Thema sicherer Browser. Dunkel, erzähl nochmal. Und zwar mit Windows 10 gibt es jetzt die Möglichkeit, Browser-Sitzungen von Microsoft Edge zu isolieren. Also einfach quasi in einer Hyper-V-Sandbox wird die Browser-Sitzung gestartet. Und damit kann dann tatsächlich in dieser geschützten Sitzung gar nichts mehr passieren oder nichts mehr mit dem System passieren. Denn es lassen sich zum Beispiel keine Daten mit dem Rest des Rechners austauschen. Downloads sind generell nicht erlaubt und so weiter. Also man bekommt da eine ziemlich starke Sicherheit beim Browsen. Man kann jetzt sagen, der Nachteil ist, man muss dazu den Microsoft Edge Browser verwenden. Es gibt immer noch viele Leute, die den nicht mögen. Aber was eigentlich ganz praktisch ist, es gibt von Microsoft auch eine Chrome-Erweiterung. Die kriegt dann zwar nicht die gleiche Funktionalität, aber es ist dann so, dass man innerhalb von Chrome zumindest sagen kann, ich möchte jetzt mit diesem Link eine Edge-Sitzung starten, die eben von Windows Defender Application Guard geschützt wird. Von daher kann ich dann eben zum Beispiel in meinem Unternehmen Chrome als Standardbrowser verwenden und aber zum Beispiel sagen, gut, aber diese unbekannte URL, die ich jetzt gerade geschickt gekriegt habe, die möchte ich bitte in einer sicheren Sitzung öffnen. Oder vielleicht auch einfach nur mein Homebanking oder meine Banking-Anwendung. Es muss ja nicht nur Homebanking sein, es ist ja auch ein Unternehmen, dass Zahlungen getätigt werden. Von daher auch die Banking-Anwendung kann man dann eben in der gesicherten Umgebung starten und damit natürlich auch das System vor dem Browser und auch den Browser vor dem System schützen. Da kann man ja manchmal doch schon von Microsoft den Hut ziehen, was die sich für tolle Sachen manchmal in Sachen Sicherheit ausdenken, wo sie doch lange Zeit so verschrien waren mit Windows. Ja, und Veldur, passt auch wieder jetzt, also es sollte nicht darum gehen, dass wir hier eigentlich nur über Microsoft reden, aber ich habe auch noch einen zweiten ganz spannenden Ratgeber, den wir im September hatten. Und zwar hat der Thomas Joos, unser Autor, einen Überblick gegeben über das Azure Security Center. Und zwar ist das quasi eine cloudbasierte Verwaltungslösung für die Sicherheit von Cloud-Ressourcen und Ressourcen, die quasi im lokalen Rechenzentrum mit der Cloud verbunden sind. Da gibt es eine kostenlose Version, die kann nur Ressourcen in der Cloud verwalten und überwachen. Und dann gibt es eine Enterprise-Version, eine kostenpflichtige Version, die dann eben auch lokale Ressourcen verwalten kann. Das heißt, da gibt es dann zum Beispiel einen Monitoring-Agent, den man auf einem Windows-Server oder auf einem Linux-Server installiert. und damit seine lokalen Rechner, seine lokalen Server eben auch über den Cloud-Dienst auf einen Blick verwalten kann. Und gerade um dieses auf einen Blick geht es eben. Das heißt, wenn man zum Beispiel irgendeine größere Industry of Things-Installation hat, mit verschiedenen Sensoren zum Beispiel, kann man die alle zusammen eben in das Security Center kombinieren und damit eben auf einen Blick viele Security-Aspekte überwachen. Ich will jetzt gar nicht viel mehr dazu erzählen, aber das ist so im Großen und Ganzen die Funktion von diesem Tool. Die klassische Single-Pane of Glass habe ich jetzt wieder im Hintergrund, die man uns immer so umschreibt und uns mal aufschmiert. Aber in dem Fall ist es wohl ganz nützlich, sagst du. Ja, also ist zumindest was, was man sich mal anschauen sollte. Aber was man bei all diesen rumgepatcht, beziehungsweise bei diesen zusätzlichen Sicherheitstools immer wieder gern vergisst, möchte ich meinen, ist die Programmierung. Jemand muss die ganzen Sachen programmieren. Und wie das sicher passieren kann, das haben wir diesen Monat auch sehr ausführlich beschrieben. Und zwar haben wir dafür den Pierre Kronau gewinnen können als Autor. Und der ist Senior IT Consultant. Und der hat uns in zwei Teile geschrieben. Der geht los mit den Grundsätzen zur sicheren Softwareentwicklung. Und da beschreibt er erstmal, was es denn alles für Sicherheitslücken geben kann, also über die wir so tagtäglich reden. Also wir reden immer so von Cross-Site-Scripting beziehungsweise irgendwelchen Injections, sei es jetzt bei Webseiten oder SQL-Datenbanken. Und der hat erstmal klargemacht, was verbirgt sich denn konkret dahinter. Das hat mich dann teilweise doch in dieser Tiefe überrascht, wie er es da beschrieben hat. Und ausgehend davon hat er halt gesagt, was man dagegen machen kann, beziehungsweise wie man seine Programme sicher vom Grund auf programmiert. Und er schildert da, wie das halt mit Frameworks passieren kann, wie man dann aufgrund von fertigen Bibliotheken, per Scaffolding heißt das, der Fachbegriff, also quasi das kommt vom Gerüstbau, dass man quasi was Fertiges nimmt, was schon erprobt ist und darauf halt seine Lösung aufbaut und das Ganze dann sicherer ist. Und er beschreibt dann halt auch Datenmodelle, die halt die Verarbeitung der Daten von der Darstellung trennen und dass man halt, wenn man seine Programme so aufbaut, gleich konzeptionell für mehr Sicherheit sorgen kann und mögliche Bugs beziehungsweise Sicherheitsprobleme von Grund auf ausschließen kann. Und ja, jetzt muss man erst mal Luft holen, wenn man das alles gehört hat. Aber damit bei weitem nicht genug. Bei Teil 2 holt er dann noch aus. Dann erzählt er, wie man dann die Programme auch noch pflegen kann. Also wenn man dann erst mal sein Programm entwickelt hat, ja, was kann denn dann passieren? Es kann angegriffen werden. Und dann ist halt die Frage, wie wertet man diese Angriffsmuster aus? Was protokolliert man? Was protokolliert man vielleicht aus Datenschutzgründen besser nicht? Beziehungsweise verschlüsse das mit irgendwelchen Hashes? Wie können dann noch die ganzen Schnittstellen angegriffen werden? Welche Bibliotheken nutze ich von Drittparteien? Beziehungsweise wie binde ich die in mein eigenes Compliance-Gefüge ein? Also da ändern sich ja vielleicht irgendwelche Lizenzvereinbarungen jederzeit beziehungsweise Funktionalitäten. Wie überwache ich das Ganze? Und das ist ein ziemlich komplexes Wert, was interessant zu lesen ist. Und man sitzt dann am Ende da und sagt, doch, jetzt habe ich tatsächlich was gelernt. Das war zwar ein langer Text, das hat mich jetzt vielleicht ein paar Minuten gekostet, aber das ist tatsächlich sinnvoll und vielleicht nicht nur für die Leute, die es selbst programmieren, sondern auch für die Leute, die es administrieren beziehungsweise davor sitzen, um ein gewisses Gespür dafür zu kriegen, wo sind denn jetzt speziell Web-Applikationen auch angreifbar beziehungsweise wo gibt es denn da mögliche Probleme, wenn ich die denn als sicherheitsverantwortliche Locke protokolliere, um irgendwelche Angriffe festzustellen? Wo ist dann das Risiko, dass ich vielleicht schon wieder gegen die Datenschutz-Grundverordnung verstoße? Ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an, du hast es auch vorhin schon gesagt, was protokolliere ich denn gerade im Hinblick auf den Datenschutz? Das sind so Sachen, die wirklich gerade auch beim Thema Datenschutz-Grundverordnung oder Datenschutz in der Softwareentwicklung ganz, ganz wichtig sind. Und da hatten wir auch einen ganz spannenden Beitrag, der von den Kollegen vom Dev Insider stammt. Und da ging es eben genau um das Thema, die EU-Datenschutz-Grundverordnung in der Softwareentwicklung. Und da wurde gesagt, dass wirklich eine der grundlegendsten Sachen, die Softwareentwickler bei der Entwicklung von neuen Lösungen beachten müssen, das Prinzip der Datensparsamkeit beziehungsweise der Datenminimierung ist. Also sich genau zu überlegen, welche Daten erhebe ich, mit denen die personenbezogen sind. Und das sind eben zunächst alle Daten, die eine Person erkennbar machen. Also nicht nur Sachen wie der Name, das Alter, Wohnort, sondern eben auch Standardinformationen, die zum Beispiel über einen mobilen Webbrowser abrufbar sind. Ja, oder eben auch IP-Adressen oder Benutzernamen oder Cookies. Und für Softwareentwickler ist es da eben dann, wie du es eben erzählt hast, bei der Security eben auch beim Datenschutz wichtig, von vornherein daran zu denken. Das Thema Privacy by Design muss von vornherein mit dabei sein. Und man muss an jeder Stelle tatsächlich hinterfragen, ist eine Datenerhebung oder auch eine Datenübermittlung wirklich notwendig? Und gerade eben Funktionen, die automatisch irgendwelche Daten sammeln, indem sie IP-Adressen irgendwo speichern, da muss man sich eben immer belegen, ist das sinnvoll? Brauche ich das? Oder erzeugt das eben irgendwelche Datenschutzprobleme? Wobei man natürlich immer sagen muss, Datensparsamkeit hat auch ihre Grenze. Dort, wo das Sammeln von Daten wichtig ist und sinnvoll ist, dort darf das natürlich passieren. Es ist dann immer die Frage, ob das dann auch dauerhaft gespeichert werden muss. Tendenziell eher nicht. Und zum Beispiel die Positionsdaten von einer Person, wenn sie Google Maps aufruft. Klar, die Person braucht, oder der Server braucht die Positionsdaten, sonst kann er nicht festlegen, wo die Person ist. Aber diese Daten müssen ja nicht zwingend gespeichert werden oder auch nicht zwingend, so dass sie irgendeiner Person zuordnbar sind. Also du hast es jetzt schon sehr detailiert ausgeführt, das klingt nach einem sehr mühsamen Prozess, den man dann am Anfang erstmal durchlaufen muss, wenn man das alles durchdenken will, nicht wahr? Ich glaube gar nicht mal, dass der Prozess selbst so mühsam ist. Ich glaube, dass er am Anfang eine gewisse Überwindung erfordert, weil es ist natürlich nicht angenehm oder auch nicht wirklich zielführend, wenn ich ein Softwareprojekt habe, das ganz klare technische Voraussetzungen und technische Ziele hat und ich dann ständig im Hinterkopf das Thema Datenschutz halten muss. Aber genauso wie ich eben das Thema Security, genauso wie ich das Thema Performance von meiner Applikation im Auge behalten muss, muss ich eben auch mir gelegentlich den Hut des Datenschutzverantwortlichen aufsetzen und sagen, ich schaue jetzt mal hier drauf und entscheide dann, brauche ich das oder brauche ich es nicht? Worauf ich jetzt hinausfordere, ich meine, wenn du sagst, ich setze mir den Hut auf, dann ist das ja schon Überwindung oder Mehraufwand, je nachdem wie man sieht, aber mein Gedanke war jetzt, dass es sich am Ende halt auch rechnen könnte. Also ich gehe jetzt nochmal zurück zu dem Pierre Kroner und mit seinen Ratschlägen für die Softwareentwicklung, der sagt da dann halt auch, wenn man das von Grund auf ja gescheit modelliert, die Daten trennt, alles modular aufbaut, dann hat man es später einfacher, seine Programme vielleicht zu pflegen und zu erweitern. Und so ist es auch bei Unternehmen. Also wenn die von Grund auf das Thema im Hinterkopf haben, ist es nach hinten raus vielleicht sogar ein Geschäftsvorteil. Und wie der Zufall so will, gibt es da auch einen Beitrag, den wir diesen Monat gebracht haben vom Otto Geisler. Der heißt, Messbare Geschäftsverteile durch Datenschutzprozesse. Und dabei stützt er sich auf eine Studie von Cisco. Und das Ergebnis von denen ist tatsächlich, dass Leute, die auf ihre Datensätze beziehungsweise Datenschutzprinzipien achten, also nicht nur Leute, sondern Unternehmen, tatsächlich kürzere Stillstandszeiten haben beziehungsweise weniger von teuren Sicherheitsstücken befallen sind. Und die Zahlen sprechen eigentlich für sich. Also die weitestgehend DSGVO-konform beziehungsweise Datenschutzkonform Unternehmen liegen dabei 37 Prozent. Und die anderen, die es halt nicht sind, die haben halt Vorfälle von 64 Prozent. Wow, nicht schlecht. Ja, aber da muss man natürlich auch sagen, es gibt auch noch einen ganz anderen Vorteil, den man hat, wenn man sich an den Datenschutz hält. Man kann keine Bußgelder dafür kriegen, wenn man dagegen verstößt. Stimmt, die sind ja in der Vergangenheit schon relativ happig ausgefallen für einigen. Ja, aber witzigerweise nicht in Deutschland bis jetzt. Also da haben wir auch einen spannenden Artikel vom Oliver Schonscheck dazu gehabt, und zwar was eine Datenschutzverletzung eben wirklich kostet. Und da hat man so ein bisschen gesehen, es gab inzwischen tatsächlich ein Bußgeldurteil in Deutschland vom Landesamt für Datenschutz in Baden-Württemberg. Da ist eine Geldbuße von 20.000 Euro verhängt worden. Das ist jetzt nicht so wirklich rasend viel, da waren schon nach dem alten Bundesdatenschutzgesetz höhere Geldbußen möglich, aber es ist halt eben immer so, auch nach der DSGVO, Bußgelder müssen wirksam und abschreckend sein, aber müssen auch verhältnismäßig sein. Und wenn ein Unternehmen eben, wenn man beachtet, dass, was sind die aufgewendeten Maßnahmen, um für Sicherheit oder Datenschutz zu sorgen, was sind die, was für einen Umsatz erzeugt das Unternehmen, dann kann das durchaus angemessen sein, dass man sagt, gut, da sind 20.000 Euro ausreichend. Ist auch eine Hausnummer, die man sehen muss, aber natürlich nichts im Vergleich mit, in Frankreich gab es ein Bußgeld gegen Google von 50 Millionen Euro, es gab über 99 Millionen Pfund in England gegen Marriott International und dann natürlich der große Knaller über 183 Millionen Pfund Bußgeld ebenfalls in UK gegen British Airways. Das sind natürlich Hausnummern, wo man wirklich sagen muss, wow, da geht schon was. Aber es ist ja auch wirklich so, die Bußgelder sind ja nämlich alles. Also man muss schon auch bedenken, auch wenn es ein bisschen weit hergeholt scheint, wir reden auch bei Datenschutzverstößen von möglichen Freiheitsstrafen. Oha, hat er die beziffert? Also steht das jetzt nur so los im Raum oder gibt es da tatsächlich schon eine Androhung beziehungsweise Fälle in Deutschland, wo das in der Bekommission wurde. Es gibt noch keine Fälle, wo eine Freiheitsstrafe verhängt worden ist, aber es gibt eben zum Beispiel den Fall, wenn ich wissentlich und gewerbsmäßig eine große Zahl von personenbezogenen Daten an Dritte übermittle, dann kann ich mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden. Klar, auch mit einer Geldstrafe, aber eben durchaus auch mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Und ja, das ist halt etwas, das darf man einfach nicht vergessen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, das hat er auch erwähnt eben, ist, man darf die Haftung nicht vergessen, die Haftungsthemen. Und zwar Unternehmen haften im Rahmen von der Datenschutz-Grundverordnung für Datenschutz-Verstöße ihrer Beschäftigten. Und zwar sofern es, wenn es sich also um eine unternehmerische Tätigkeit gehandelt hat, also im Rahmen des Arbeitsverhältnisses. Und da ist es noch nicht mal erforderlich, dass die Leitungspersonen dafür verantwortlich sind oder noch nicht mal davon gewusst haben. Also das heißt, es kann mir als Geschäftsführer passieren, dass ich für einen Datenschutz-Verstoß von einem Mitarbeiter tatsächlich ins Datenschutz, über die Datenschutz-Grundverordnung zumindest mit einem Bußgeld belegt werde. Okay. Und was ist die Empfehlung, sich davor abzusichern? Ja, also meine Empfehlung ist immer, einen guten Datenschutz-Beauftragten zu haben, der sich um das Thema wirklich kümmert und wirklich an allen Stellen, in allen Fachabteilungen und eben auch in den Leitungsebenen das Thema Datenschutz wirklich zur Chefsache zu machen und zu sagen, es ist etwas, was man als Vorteil sehen kann und nicht als etwas, was eine lästige Pflicht ist. Ja, dazu schreiben wir auch immer regelmäßig, also wer sich dazu noch nicht belesen hat, der ist eingeladen, sich mal durchzuscrollen bei uns auf der Seite. Genau, ja. Eine andere Sache, die übrigens auch ganz spannend war, das ist auch ein Text, der vom Olli Schoncheck stammt, da ging es um eine ganz andere Seite der Leitungsfunktion oder der Aufgaben von leitenden quasi CIOs in dem Fall und zwar warum CIOs andere Kennzahlen benötigen, als sie haben derzeit und da geht es zum Beispiel um das Thema KPIs, also Key Performance Indikatoren, die ja in vielen anderen Geschäftsbereichen regelmäßig genutzt werden und wirklich auch ganz, ganz wichtige Elemente sind, mit denen der Unternehmenserfolg und auch Unternehmensrisiken bewertet werden. Und da hat sich eben zum Beispiel gezeigt, dass fast die Hälfte aller CIOs und CISOs wirklich vor Problemen stehen in der Ausführung ihres Jobs, weil andere Abteilungen und Führungskräfte zum Beispiel einfach nicht verstehen, wie wichtig Sicherheit, IT-Sicherheit für das Gesamtgeschäft sind. Das ist jetzt wieder der Klassiker, wie sage ich es meinem Vorgesetzten beziehungsweise den Nutzer in der Fachabteilung, dass ich einen wichtigen Job für das Unternehmen habe und jetzt zwar nicht primär zum Geschäftsergebnis beitrage, aber dass das Geschäftsergebnis arg in Gefahr ist, wenn es mich nicht gibt. Genau. Und da ist halt einfach wirklich eine Lehre, die man inzwischen ganz klar ziehen muss. Ich muss als CIO oder CISO inzwischen, ich muss Security-Kennzahlen haben und, und das ist noch der viel wichtigere Punkt, ich muss Security-Kennzahlen haben, die zu den Business-Metriken, also zu den KPIs der anderen Abteilungen passen, dass man Sachen in Korrelation setzen kann. Das heißt, ich muss mich tatsächlich als Führungskraft, die mit IT-Sicherheit betraut ist, auch damit auseinandersetzen, was für Kennzahlen werden in den anderen Bereichen meines Unternehmens eingesetzt, mit welchen Kennzahlen arbeiten die und dann muss man schauen, welche Kennzahlen kann ich denn aus dem Security-Umfeld wirklich herausnehmen und kann sie für einen gemeinsamen Blick auf die Unternehmensrisiken und auch auf die Unternehmenserfolge verwenden, um damit eben auch zu zeigen, dann welche Wichtigkeit und welche Relevanz die IT-Sicherheit im Unternehmen hat. Gibt es dafür schon Modelle oder muss ich mir das jetzt selber tatsächlich arbeiten und raussuchen oder gibt es da vielleicht so Handlungsanleitungen, wonach ich schauen Ja, die gibt's, ja, die gibt's, aber das wird bei uns eine mehrteilige Serie und wir haben jetzt wirklich im ersten Teil mal so die Eckpunkte, quasi die Eckpfeiler in den Boden geschlagen und in den weiteren Teilen der Serie werden wir dann auf die unterschiedlichen Kennzahlen näher eingehen und dann auch klären, warum man die nutzen sollte und wie man die nutzt. Okay, das klingt ja spannend, also Sie hören ja den Podcast am Ende des Monats, aber bleiben Sie neugierig und schauen Sie gerne bei unserer Seite vorbei, da kommt noch was zum Thema. Genau, da geht's weiter. Ja, eine andere Sache, glaube ich, die ich auch vielleicht noch ganz kurz noch erzählen wollte, es gab wieder ein neues E-Book bei Security Insider und da haben wir diesmal auf die neuen Aufgaben des Identity und Access Management geschaut. Das passt finde ich ganz gut einfach auch zu dem Thema Kennzahlen für CISOs, denn auch da geht es ja darum, die CISOs müssen neue Aufgaben, neue Wege gehen, um zum Erfolg zu kommen und auch das Identity Management ist eben tatsächlich eine Technologie oder eine Lösung, die längst nicht mehr nur für die IT-Sicherheit, für die Sicherheit einer Anmeldung verantwortlich ist. Da gibt es viele andere Bereiche, wo ein IAM-System wirklich helfen kann, angefangen zum Beispiel vom Datenschutz. Ich muss ja für die Verwertung von Daten, von personenbezogenen Daten, mir zum Beispiel Einwilligungen geben lassen von den entsprechenden Personen. Auch für die, diese Einwilligungen kann ich zum Beispiel mit einem IAM-System verbinden und dann dafür sorgen, dass ich eben weiß, wann ich auf eine Identität zugreifen darf, wenn bestimmte Dienste genutzt werden. Oder ein ganz anderes Beispiel, was ja wirklich ganz stark im Kommen ist, das sind Customer-IAM-Lösungen, die also dann das Identitätsmanagement auch auf Kundenbeziehungen ausweiten, sodass man eben auch Kundenidentitäten über ein zentrales Management-System organisiert und verwaltet und damit eben auch ganze neue Einsichten und Prozesse zum Beispiel im Vertrieb oder im Marketing damit gewinnen kann. Und wenn man erstmal bei den Kunden ist, dann kann man ja zum Beispiel auch sagen, okay, ich habe jetzt aber eine Lieferkette, da habe ich meine internen Mitarbeiter, da habe ich Kunden, da habe ich aber eben zum Beispiel auch Lieferanten und die möchte ich vielleicht auch in mein IAM-System einbinden, um dort auch zum einen für Sicherheit zu sorgen, aber auf der anderen Seite eben auch dann diese Identitäten für neue Prozesse nutzen zu können. Und wenn wir erstmal dabei sind, dann muss man natürlich auch sagen, es kann auch ein Bauteil oder eine Komponente eines Produkts eine Identität haben, die ich in einem IAM-System verwalten möchte. Also von daher man sieht wirklich, es gibt eben den Möglichkeiten und den Aufgaben, die ein Identity-Management-System haben kann, sind tatsächlich keine Grenzen gesetzt. Das klingt tatsächlich nach spannenden Anwendungen. Also ich war jetzt gerade noch über die Konsumenten beziehungsweise die Verbraucher am Nachdenken, da fängst du jetzt schon mit Devices an beziehungsweise Werkstücken oder Produkten, die dann auch noch mit organisiert werden. Also das ist ein riesiges Themenkomplex und man kann da auch schon sehen, wo die Security vielleicht doch einen Mehrwert für das Unternehmen schaffen kann. Also jetzt haben wir ja gerade vorhin über die KPIs diskutiert, dass die vielleicht ein bisschen schwer abzubilden sind für Security, aber gerade mit so einem IAM, da passt das doch schon wieder ganz gut zusammen, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, wobei man leider Gottes dazu sagen muss, das hat eine Studie von einem Identity Management Anbieter gezeigt, dass also fast oder über 80 Prozent aller IT-Experten gesagt haben, dass es in ihrem Unternehmen einen schlechten Umgang mit Identitäten und auch mit entsprechenden Zugriffsberechtigungen gibt und dass das eben auch schon für große Risiken gesorgt hat. Also das heißt, dass das Thema IAM ist, glaube ich, sogar im reinen Security Aspekt noch eine große Baustelle, an der noch viele Unternehmen erstmal arbeiten müssen, aber es ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, dass man eben sich dann auch sagen kann, Identity Management ist eben nicht nur eine Sache, die mir Sicherheit bringt, sondern die kann mir eben auch bei Prozessen helfen, die mir dann wirklich auch mehr für mein Business bringen. Und an dieser Stelle bieten wir halt den perfekten Einstieg in die Thematik mit dem E-Book. Sie sind herzlich eingeladen darin zu blättern und zu schmökern und bevor wir Sie jetzt weiter vom Schmökern abhalten, würde ich sagen, können wir jetzt eigentlich auch den Podcast schließen. Ja, gerne. Dann würde ich mich an dieser Stelle schon mal verabschieden, Ihnen nochmal ganz herzlich beziehungsweise ganz warm das E-Book ans Herz legen. Also Sie haben jetzt gehört, was es da an Mehrwert zu schaffen gibt, beziehungsweise wie wenig verbreitet das Thema noch ist und was es da für Potenzial gibt. Schauen Sie mal rein, klicken Sie sich durch und viel Spaß damit und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ja, auch von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Bis zum nächsten Mal.